Die digitale DKM liegt hinter uns und Zeit und Anlass genug ein erstes Resümee zu ziehen. Wir danken Ihnen für Ihre zahlreiche Teilnahme an den Lounges, an den Workshops, an den Präsentationen und an den Roundtablen. Für uns alle ein neuer Weg miteinander in Kontakt zu bleiben und uns auszutauschen, der sicher nicht das analoge Treffen auf der großen, bunten DKM ersetzt, aber ein adäquater Ersatz ist in dieser herausfordernden Zeit.